Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs öffnen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Öffnet, öffnete, hat geöffnet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich öffne, du öffnest, er öffnet, wir öffnen, ihr öffnet, sie öffnen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich öffnete, du öffnetest, er öffnete, wir öffneten, ihr öffnetet, sie öffneten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geöffnet. Du hast geöffnet. Er hat geöffnet. Wir haben geöffnet. Ihr habt geöffnet. Sie haben geöffnet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich öffne. Du öffnest, er öffne, wir öffnen, ihr öffnet, sie öffnen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich öffnete. Du öffnetest, er öffnete, wir öffneten, ihr öffnetet, sie öffneten. Den Schluss macht der Imperativ. Öffne du. Öffnen wir. Öffnet ihr. Öffnen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb öffnen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video.